Drama ist ein Oberbegriff für Texte mit verteilten Rollen. Die Dramatik ist neben Epik und Lyrik eine der drei grundlegenden literarischen Gattungen. Manchmal wird der Begriff Drama sehr weit gefasst und schließt sämtliche Theaterstücke, Operntexte, Ballettszenarien, Hörspielmanuskripte oder Drehbücher mit ein. Manchmal wird er als Eingrenzung verwendet. Etwa nur für Sprechtheater oder nur für die gehobenen Theaterstücke. Drama ist Theater mit Textgrundlage im Unterschied zum improvisierten Stegreiftheater. Das Hauptkennzeichen des Dramas nach Aristoteles ist die Darstellung der Handlung durch Dialoge. Dadurch unterscheidet es sich in der Antike vom erzählenden Epos, seit der Neuzeit unterscheidet es sich damit hauptsächlich vom Roman. Nach modernem Verständnis sind Dramen dafür geschrieben, durch Schauspieler im Theater aufgeführt zu werden. Oft enthalten sie daher neben den Dialogtexten auch Anweisungen für die Schauspieler und seit dem 19. Jahrhundert für den Regisseur. Das Lese-Drama ist eine spezielle Form des Dramas, die nicht in erster Linie aufgeführt, sondern wie ein Roman gelesen werden soll. Die Handlung eines Dramas ist häufig in Akte und diese wiederum sind in Szenen oder Auftritte gegliedert. Wenn es mehrere Dekorationen pro Akt gibt, gibt es manchmal eine zusätzliche Einteilung in Bilder. Das klassische französische Drama teilt sich in fünf Akte. Die italienische, stark mit der Oper verbundene Tradition bevorzugt drei Akte. Die Form des Einaktas ist aus Zwischenspielen zwischen den Akten der drei- bis fünfaktigen Dramen hervorgegangen. Geschichte Das europäische Drama entstand zur Zeit der griechischen Antike im 5. Jahrhundert v. CHR In Athen, Aeschylus, Sophokles und Eurypides waren die wichtigsten Dichter der Tragödie. Aristoteles unterteilte im darauffolgenden Jahrhundert in seiner Poetik das Drama in die Tragödie und die später entstandene Komödie. Seine Theorie der Katharsis wurde wegweisend für die europäische Dramengeschichte. Das geistliche Spiel des Mittelalters ist weder Tragödie noch Komödie. Erst seit der Renaissance erfolgte eine Weiterentwicklung des antiken Dramas. Lange Zeit war das Versdrama die vorherrschende Gattung. In neuerer Zeit überwiegt in den Sprechstücken freie Prosa. Dass ein Drama gesprochen wird, ist nicht selbstverständlich. Die Oper ab etwa 1600 verstand sich als Wiedergeburt des klassischen griechischen Dramas. Während die spanische und englische Dramatik um 1600 noch Ausläufer einer mittelalterlichen Theatertradition ohne theoretischen Hintergrund waren, besann sich die französische Klassik auf das antike Drama und legte strenge Regeln dafür fest. Zum Beispiel die sogenannten drei aristotelischen Einheiten. Seit dem 18. Jahrhundert sind Bezeichnungen wie Schauspiel, Lustspiel, Tragikomödie, rührende Komödie, bürgerliches Trauerspiel mit überlappenden Bedeutungen in Gebrauch. Seit dem 19. Jahrhundert wird das Melodrama, das besonders gefühlsbetonte oder spannende Handlungen hat, oft zum Begriff Drama verkürzt. Manchmal wird das Drama von anderen Theatergattungen unterschieden. Johann Wolfgang Goethe grenzte es von der Tragödie ab, Gustav Freitag unterschied es vom Schauspiel. Beide versuchten mit dem Begriff Drama ein ernstes Theater zu umschreiben, das keine klassische Tragödie war. Aus der Theatertheorie des 20. Jahrhunderts stammen Unterteilungen wie soziales Drama, analytisches Drama oder geschlossene und offene Formen im Drama. In dieser Zeit haben neue Medien zu neuen Formen der Dramatik geführt, wie dem Hörspiel oder dem Filmdrama. Kein dramatischer Text, sondern eine Therapiemethode ist das Rollenspiel im Psychodrama. In den letzten Jahrzehnten haben sich viele Theaterformen ohne Dramentext etabliert, die auch unter dem Schlagwort postdramatisches Theater zusammengefasst werden. Umgekehrt wird die strenge Unterscheidung zwischen improvisiertem und schriftlich festgelegtem Dialog durch Formen des Rollenspiels im Internet aufgeweicht. Siehe auch. Liste von Theaterstücken. Theaterstücken Drama